ARD Text im Auftrag von Funk Jetz, jetzt fixen wir's oder? Ard, ich hab vorher meinen Energy Drink über meine Tasche Duh gekürtet Oh ja, wie kenne ich denn dann auch? Läuft bei mir. Das war zum Glück nicht viel Ich will so ein scheiß Ding ins... Wie heißen die Tann-Anzüge? ARD Text im Auftrag von Funk was war das? Energydrink, Tastatur leer hoffentlich alter, nicht ernsthaft fuck was mache ich jetzt? ja, punkte die Tastatur noch ja, aber es ist voll gesift ohne Ende, man scheiße cool story, bro, Dominik, all the news ja, die alte Tastatur die klappt nicht mehr gehts jetzt gar nicht mehr? ja doch, inzwischen wieder wow was ist los? jungs, was ist los? ich wollte grad testen, ob meine Leertaste funktioniert und bin ausgestiegen was? halt an du bist du tot? ja, natürlich request Medic, Alter, wie geht es? Medic noch mehr, drück zu meiner Leertaste hey, wie krieg ich hier Medic? ist keiner online, oder was? dann nimmt man das Jetpack, man oben links, steht da was dran sanitäter online sanitäter in der Nähe no ja, dann ruf einen, ruf einen wie geht das? ich hab aber nur eine Minute, Alter dann bin ich tot ich kann nichts machen nein, da kannst du nur respawn in einer Minute das heißt, wenn du nicht so tot bist aber du kannst den oben mal rufen wie geht das? ich kann da nirgends draufklicken geht nicht auf, äh, Call Medic ne, da gibt es Request Medic aber da kann ich nicht draufdrücken aber vielleicht geht es erst nach einer Minute keine Ahnung weil da drüber steht auch respawn also wer schießt wird ans Gesicht ein quasi Alter, das ist ja erst mal so hey, geht's so gut erst mal ins Gesicht schießen jetzt ist es auf jeden Fall tot ich hab ja schon den Wasser und ein Kanidchenfleisch und ein Zigeuner fährt sonst einfach mal essen Alter wer t-backt mich? ja wer wohl von denen die dreckige Lache dazu könnt ihr nen Medic rufen? ja Momentan erst mal ausräubern, Alter du brauchst Medic dann bist du nicht berechtigt es brennt der Rucksack hinzuschauen ja gut so oh, kommt ein Auto oh oh der fährt jetzt auch noch über mich drüber das ist der Medic echt jetzt? wolltest du das mal wieder machen? ja jö jö hallo hallo MEDIC wuuu Alter, wer schlägt denn? wie hat er gemacht mit seinen Arme hoch? äh, Tabulator äh, Tabulator es tut so weh es tut so weh es tut so weh er hört sich gar nicht ja, er ist glaube ich tot, Alter er ist immer so tot, Alter er ist immer so tot Alter, was macht er? schrubbt er mir ein, oder was? was? boah ich seh boah ich seh boah, jetzt rede ich im Zeit Jetzt knall ich den ab, man hat Vielen Dank, vielen Dank Vielen Dank Ich will auch eine verfickte Maske Danke, danke Danke Jetzt mach mir den Platten Brauchen Sie Drogen zur Wiedergutmachung Nein, überhaupt nicht Beste Typ ever, oder was? Alter Ich denke halt, du drückst auf meine Alt-Taste, weil du gerade das gesagt hast Ich so, okay, das ging mehr über die Leertaste Drück zwang auf die Leertaste und flieg durch die Gegend, Alter Einfach nach oben, wie eine Rakete Nein, lass doch das, Alter Bist du behindert? Du hast den getötet Du hast den getötet Du hast den getötet Wurde von Wutsch getötet Alter Der rettet mir halt gerade das Leben, du Schieß mal mal aufs Auto, bam, tot, Alter Alter, wie dreckig, man Dafür kassierst du Bann, Alter Alter, sorry Mutsche wurde getötet What the fuck Nein, nein, hast du nicht gemacht Hast du nicht gemacht Alter 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Frag mal nach Medik Du bist ein Minus-Mensch, Mann Wo bist du? Bist du direkt irgendwie gestorben oder bist du aus dem Auto rausgeflogen? Der hat mich gekillt Alter, wie dreckig war das Aber muss ich jetzt wissen, dass der Scheiß... Ja, warum schießt du überhaupt da drauf, Mann? Der rettet uns am Arsch zum Weltmann, dass ich da nicht jetzt wieder meine Ausrüstung kaufen muss Und du knallst ihn ab, Alter Wie so'n räutigen Hund Alter Ey, das war locker 200 Meter, Alter Mit der Pistole, so'n One-Click, Alter Scheiße Alter Alter Das war auf Polizei, schnell Ey Ey, das war... Alter, das war echt krass Micho kick off Bann Perma Medik, die Tötung nach Wiederbelebung Perma, Alter, du hast ein Perma-Bann Und du überfährst direkt ein, Alter, was ist los? Vor der Polizei Vor der... Hau ab, Mann Scheiß drauf, wir können hier eh nicht mehr spielen Wir ballern, wir fahren jetzt weg und ballern die Bullen ab, Alter Perma, ja, hier können die doch nicht töten, Mann Hier safe, so'ne Alter Hast du gelesen, was das gibt, wenn man einen Medik tötet? Ja, Perma-Bann Ja Alter, und hier überfährst du direkt ein Und ich bin jetzt hier hinten eingeklemmt Warte, ich würde... Soll ich ein bisschen rausfahren? Nein Ich bin raus Ja, ich bin draußen Also ja, Perma-Bann Ja Kannst du ans TS gehen und das versuchen zu erklären? Ja, Mann Ja, Mann Also, gut, Jungs Es bin kicked bei Battle-Eye, Admin-Bann, Perma Medik-Tötung nach Wiederbelebung Das war, glaube ich, echt so das Widerlichste, was du machen konntest Das war einfach mal der Admin, die du gerade getötet hast, vielleicht Okay, alles klar Also, seid ihr bereit? Ja, hier drin kannst du niemanden töten Lass irgendwo jemanden noch überfallen von ihnen dich Und dann warten wir auf die Bullen und töten die auch noch da vorne Ja, okay, dann lass Ding ins gehen Schnell weg, Alter, bevor die von uns kommen Alter, aber das war echt so lang schon, da kriegst du in 10 Jahren nicht mehr hin Ey, Mann, Alter, das wirst du auf YouTube wiedersehen, Markus Wir elendig, den Medik mit einem One-Click abknallt, Alter, auf 200 Meter Entfernung So schießt du mal aufs Auto, klick Bam, tot Alter Elendig Überfahr alles, was uns im Weg steht, Mann Jetzt ist eh egal, Mann, wir können hier eh nichts laufen programs Und wir können hier ein paar Sekunden Dann Angriff Die Angriff Angriff Bis zum nächsten Mal.